Ich möchte heute über, eigentlich geht es darum, dass die Dinge, die ich Ihnen erzähle, dass ich die verankere, in denen die Mathematik erklärt wird und wie die Referenzen der Mathematik sind und ich werde in den nächsten Vorlesungen anfangen, Ihnen zu zeigen, wie die Architektur dann entsprechend moduliert wird in diesen Schienen. Und eine, die wesentliche Referenz überhaupt, das ist das Buch, was am wichtigsten ist, sind die Elemente von Neukied, das ist das meist zitierte oder bearbeitete Buch überhaupt in unserer Kultur und da möchte ich jetzt das versuchen zu lesen mit Ihnen in den Schienen, wie ich die Ihnen immer vorschlage und wir werden dann die ersten Definitionen und Postalate in Mathematika implementieren, in einer Art, wie ich das dann auch vorschlagen werde, wie man Architektur modulieren kann, in der entsprechenden Art. Weil das so gut geht, bin ich auch recht sicher, dass das, was ich Ihnen erzähle, nicht vollkommen auf Unsinn ist. So, aber Sie werden sehen, es ist, so wie ich das Ihnen auch erkläre, sehr komplex. So, schauen wir uns das mal an, wie die Elemente aussehen. So, Sie haben hier, das ist die, auf Wikipedia, es gibt hier uralte Schriften, die fast alle immer geschrieben sind und wenig Diagramme haben. So, dann, da können wir gleich den deutschen Lass angucken. Es sind diese Art von Konstruktionen, die wir auch machen werden in Mathematika. Ich zeige Ihnen, wie das dann geht, um zum Beispiel ein Sechseck zu zeichnen und zu konstruieren. Es geht immer, das sehen Sie auch hier, es geht immer um die Kreise und die Linien. Die Kreise waren immer das Irrationale, die Linien immer das Rationale. Wir haben die Zahlen, die Zahlen sind immer Teilungen eines Kreises, also das Irrationalen und so weiter. Sie sehen diese Figuren, wie das ein Zusammenspiel von Linien und Kreisen, von Winkeln und Längen und so weiter ist. So, hier sind alle Editionen und Übersetzungen. Sie sehen, das hört nicht auf. So, das ist sehr wichtig. Und es gibt kein Buch, was so eine Geschichte hat, was wir kennen, vielleicht die Bibel. Ja, sicher die Bibel. So, ich habe hier eine Version, die aktuell übersetzt ist, 2006, 2007 in modernes Englisch, was immer das heißt. Das heißt, es ist alles sehr schwierig zu verstehen, was da jeweils ist. Aber hiermit kann man gut arbeiten. Und Sie sehen hier immer das Griechische, das Englische. So, und dann sehen Sie auch hier die, bei den Propositionen, das werden wir tun, sehen Sie entsprechende Darstellungen und hier solche Formen von Regelsets, die Programme sind. Also, das entspricht der Software, den Programmen, die wir heute haben. So, Sie sehen auch, wenn Sie jetzt hier das runterladen und angucken, ist, dann vor allen Dingen hier, in der letzten hier, die ist sehr prominent, dass es immer mehr Richtung Zeichnung geht. Also, am Anfang ist das so gut wie keine Zeichnung. Es gibt keine Zeichnung. Das, was Sie im Wesentlichen tun, ist, dass hier, let A be given a straight line. Straight line ist undefiniert. So, dann machen Sie das, machen Sie das hier, referenzieren immer auf bestimmte Definitionen und Postulate, die vorher da waren. Dann gibt es hier, when shown equal to, thus, C and A, blah, blah, and so on. Thus, yeah, which is the very thing, what you would like to do. Und dann ist ein, dann ist das, was man am Anfang behauptet hat, auf der Grundlage sehr weniger Definitionen und Postulaten bewiesen. So, und diese Form von Texten, das ist der Kern der Geometrie, das ist Geometrie, das sind Illustrationen, die später dazu kommen. Die Wahlen nehmen dann, ab der Renaissance wird das Zeug illustriert. Und das wird über, hier sind die ersten Übersetzungen aus dem Arabischen, hier, in das Arabische, das aber von Griechen und von Juden gemacht worden ist, in Auftrag von arabischen Machthabern. Das sind diese Figuren. Und dann in der Renaissance fängt es an, dass man das zeichnet. Das heißt, dass man diese Texte, die Geometrie sind, interessanterweise, anfängt, in Zeichnungen zu übersetzen. Und die Zeichnungen primär setzt vor der Geometrie, vor dem Text. Beides sind zwei verschiedene Formen von Geometrie und sagen das Gleiche. So, und dann haben wir jetzt vor allen Dingen hier mit Brian sowas, Bern, oder Brian, eine jetzt sehr prominente farbige Version, die sowas hat, wie wir das aus der Schule mit der Set-Theory und so weiter haben, dass wir die roten Quadrate sortieren sollen und die Dreiecke und die Rechtecke und so weiter, dass man solche Sachen eben einfach sortiert, nach Farben, nach Formen und so weiter. Das, was wir in der Mengenlehre und so weiter kennen. Und von dieser Art gibt es hier eine Darstellung, und zwar immer nur bis Buch 7. Da wird das alles immer illustriert und dann wird auch mit diesen farbigen Symbolen argumentiert. So, das ist interessant und das ist sehr prominent. So, das Interessante ist, dass sie fast immer, gehen wir mal hier auf die deutsche Version, da ist das besser dargestellt. Die Bücher sind, es gibt 15 Bücher, nur die ersten sind jetzt so grafisch dargestellt und da geht es um die Flächengeometrie. So, das hier ist das, was keiner mag, die Bücher 7 bis 9, eigentlich bis 10, das ist die Arithmetik. Das hat mit Geometrie eigentlich nichts zu tun. Das ist die Seele der Geometrie, da werden wir hinkommen. Das mögen die Leute nicht in der Rezeption. Indikator dafür ist, dass es diese grafische Darstellung davon gar nicht gibt. Und viele Bücher haben das weg. Also viele Darstellungen, Übersetzungen ignorieren das einfach. So, das ist aber die Arithmetik aus der Zeit. So, und die ist verkörpert in den Elementen. Das ist sowas wie das Wesen der Elemente, wenn ich das heute so sagen würde. So, was wir dann aber jetzt tun, ist, dass man, dass er dann, wenn er quasi diese Flächengeometrie hat und dann das Wesen dieser Flächengeometrie formuliert in Zahlen, das sind Punkte, Kreise, Linien, das sind Zahlen und Arithmetik und deren Operationen, das ist das Wesen der Punkte und der Linien und der Kreise. So, und dann fängt er an und macht eine Raumdiometrie. Dann wird das Ganze komplexer, selbstbezüglicher und geht dann einher mit der, das ist aber schwierig zu erklären und präzise zu machen. Und das braucht man ein Leben lang an Forschung, an Konzentration. Also, das geht dann einher, eigentlich denke ich, in die Beschreibung der Schöpfung der Welt, wie man das von Theonius bei Plato und so weiter kennt. Da sind die gleichen Schäden dann wieder. Dann sind dann die platonischen Körper, sind dann sowas wie die Summe, also sowas wie die auskristallisierte Summe dieser Raumgeometrie und das hört das da auch auf. So. Wir werden jetzt hier im ersten Buch ganz einfach anfangen, das uns anzugucken. So ist der Stand. So, gehen wir nochmal hier, so wie ich Ihnen jetzt das immer erkläre und das fassen wir nochmal zusammen. Oder schauen wir hier, wie er das... Schauen Sie sich das an. Also das bedeutendste Buch, was wir kennen, fängt einfach so an. Und da ist nichts weiter beschrieben. Und das ist ein Phänomen in... In itself. So, wir sagen einfach, dass ein Punkt ist da, auf welchem es keine Rolle gibt. Zweiter Satz. Dritter Satz. And the extremities of a line are a point. Vierter. A straight line is any one which lies evenly with points on itself. Fünfter. And the surface is that which has length and breath only. Und so weiter. Und jetzt sehen Sie schon, dass das kompliziert ist. Vermutlich steht im Griechischen ganz was anderes da. Jetzt vermutlich tausend Wege, das zu übersetzen. Weil... Sie sehen auch, dass das einfach selbstbezüglich ist. Beziehungsweise, dass es einfach Setzungen sind. Was ist denn dann jetzt ein Punkt? Was heißt das denn, wenn das das ist, von dem es keine Teile gibt? An der Stelle hängt man, und das bezieht sich selber, es baut sich ein, so was wie ein Gestell auf, mit dem am Ende die Schöpfung der Welt beschrieben wird. Also, geht es. Darum geht es. Und so wird das gemacht. Und jetzt kann man sagen, wir waren da ganz schön verrückt. Aber es ist das bedeutendste Buch überhaupt. Was wir kennen. Das heißt, man müsste das ernst nehmen, man muss auch diese Art, wie es geschrieben ist, ernst nehmen. So. Gehen wir also her. In den Arten, wie ich das Ihnen immer erkläre. Wie ich denke, dass diese Dinge heute für Sie als Architekten relevant sind. Und dann gehen wir das Schritt für Schritt durch, wie man das lesen kann. Was ist ein Punkt? Was ist eine Linie? Was ist eine Länge? Was ist eine Breite? Und so weiter. So. Was ich Ihnen sage, ist, Mathematik ist die Emancipatory Art of Learning and the Royal Path to Knowledge. So. Weil Mathematik als einzige Form mit einer Anwendung nichts zu tun hat. Das heißt, nicht korrumpiert ist von irgendeiner Anwendung. Deswegen ist sie nicht disziplinär. Was bedeutet das, wenn Sie aus einer Disziplin kommen, in die Mathematik gehen, dass Sie in andere Disziplinen oft mit der gleichen Art und Weise lernen können. Das heißt, das ist so etwas wie ein Hub. Wir gehen hin aus der Architektur in die Medizin. Von der Medizin in die Literatur und so weiter. Und die These ist, oder so ist, das mit der Mathematik, das Sie mit der Mathematik alles spiegeln können ineinander. weil es als einzige Denkfigur nicht korrumpiert ist von irgendeiner Anwendung. Und deswegen kriegen Sie mit der Mathematik raus, was ist denn, wenn Sie Architektur lieben oder was anderes, Musik, dann können Sie, kriegen Sie über das, was Sie lieben, eine, oder können, einen bestimmten, haben Sie einen bestimmten Weltbezug. Sie schauen, wie die Mathematik das beschreibt, was Sie können oder was Sie lieben. Und in dem Maße, in dem Sie das verstehen, können Sie verstehen, was in anderen Disziplinen vergleichbar ist. Und da sind Sie sehr schnell, wenn Sie das können. So, deswegen wird das so genannt. So, ich erzähle Ihnen, ist das Zweite, dass wir mit den Digitalen heute, seit ungefähr 120 Jahren, in einer neuen Welt sind. Und Geometrie geht immer darum, wie kann man sich in einer vollständig neuen Welt anfangen zu stabilisieren. Eine Welt, die man nicht kennt. Die vollkommen irrational ist und wo man keinen Clou hat, was da jeweils passiert. meine Behauptung ist, dass wir seit 1900 ungefähr in einer Welt der, wir nennen das der Quanten, sind und wir die einfach nicht kennen. Und das ist etwas, was wir hatten in der Renaissance mit der kopenikanischen Wende, dass man von einer Welt, die man kennt, weil sie ausgebreitet liegt, vor uns liegt als Garten, das nennen wir geozentrisch, anfangen, in eine heliozentrische Sicht zu kommen, in der alles sich umeinander dreht. Sie sehen wieder das Gerade und dann das Zirkuläre. Alles umeinander dreht und alles davon abhängt, wie die Konstellation der Elemente ist. Und da sind wir bei den Elementen von Neuklin und es geht wirklich darum, die Konstellation im offenen Raum, der von anderer Dimension ist, wie das ausgebreitet sichtbare, was uns vor uns liegt in aller Analytik, in der vertrauten Welt. Und das ist das, was wir erleben mit den Quanten seit 120 Jahren und was uns nervös macht. Dass wir einfach nicht wissen, wenn nicht alles immer umeinander dreht und es immer davon abhängt, wer gerade wie, wo in welcher Konstellation ist, was ist dann wahr, auf was kann man nicht verlassen und so weiter. Darum geht es. Geometrie, wenn wir den Punkt da haben und so Dreiecke machen, stabilisiert diese Planeten-Systeme. Aufhängende, geht mit dem Irrationalen um, dass alles, was sobald, alles davon abhängig ist, wie die Konstellation ist, sprich, welche Art und Frage abgestellten. Geometrie bringt ihnen eine Form von Stabilität, das hier mit seiner Zeit mit nichts zu tun hat. So, und ich behaupte, deswegen ist das relevant, was dort passiert ist für uns, dass wir seit 120 Jahren in einer solchen neuen Welt sind und ich würde sagen, dass das eine Welt im Leben ist. was wir mit Euclid haben, was wir mit Euclid haben, ist eine Welt im Raum, die vollkommen neu war und die haben die Welt der Dinge verlassen und mit Euclid geht man in eine Welt des Raumes, die von den Dingen losgelöst ist. Mit der Renaissance verlassen wir die Welt des Raumes und gehen in eine Welt der Zeit, die von dem Raum losgelöst ist und jetzt mit der Raumzeitkrümmung und so weiter verlassen wir die Zeit und sind in einer Welt, ich würde es vorschlagen, des Lebens, die losgelöst ist von der Zeit. Deswegen können wir Filme machen, vor und rückwärts spielen, deswegen können wir telefonieren, kreuz und quer über die Welt und können das auch abspielen, können es auch rückwärts abspielen, was gesprochen worden ist und so weiter. Wir haben einfach mit der Zeit kein Problem. Alles was wir haben sind Zeitkapseln. Das ist was Interessantes. Also diese kleinen, das sind die Elemente, die wir haben. So, dann würde ich sagen, dass die Mathematik nicht sich ändert. Das haben Sie an den vielen Darstellungen der euclidischen Geometrie gesehen. Ich würde behaupten, oder das finde ich als interessant und das würde auch den Prinzipien der Kategorientheorie, die ich denke, heute konstituierend ist, entsprechen. Die Mathematik ändert sich nicht. Aber unsere Welten ändern sich. So wie die Mathematik eine Abstraktion von den verschiedenen Domänen ist, ist sie auch eine Abstraktion von den verschiedenen Welten. So. Das nächste ist, weil es dann verschiedene Welten gibt. Einmal eine in Zeit, einmal eine im Raum, dann jetzt im Leben oder in verschiedenen Kulturen und so weiter. Weil es verschiedene können wir in einem Planeten in dem Planeten System den Dingen nicht trauen. Außer unserem Internet. Wir können nicht trauen den Dingen, die wir anfassen, die ausgebreitet sind, dem Sensiblen, dem Emotionalen, dem Engagierten und so weiter. Das können wir nicht trauen, aber dem Internet. Man ist immer von der Konstellation abdeckt, was da passiert und der Internet kann davon abstrahieren. Der kriegt eine Stabilität, obwohl es sich rotiert und immer wieder anders aussieht oder sich anders anfühlt. und so weiter. So, dann würde ich sagen, und das sind diese Diskussionen heute um Parity oder dass man kritisiert, dass die mit dem Anthroposien oder Eurozentrismus und so weiter. Ich würde sagen, da glaube ich ernsthaft dran und es ist schwierig, sich das wirklich ernst zu nehmen, dass Menschen immer so schlau waren wie wir heute ja das und die sind auch überall so schlau wie wir die haben immer ungefähr unter Hirn die sind so seit zigtausenden von Jahren und jetzt auch die Menschen auf diesem Planeten sind alle im Prinzip haben sie die intellektuelle Kapazität wie wir und jetzt glaube ich dass alle Kulturen auch von allen Zeiten auch von allen Orten dieser Welt im Prinzip ähnlich komplex sind wie wir unsere Welt heute aussehen weil diese schlauen Menschen sonst gelanglagt wären ich würde sagen das ist der einzige Wunder spüren deswegen kann man auch nicht sagen zum Beispiel das sind so Dinge was wir jetzt sagen zum Beispiel das in der Schule lernen mit der Pädagog die machen ja das immer einfach das heißt dann machen wir ein Dreieck und was ist ein Dreieck und dann lernt man das und dann lernt man das konstruieren und fertig das ist nicht so wie die Euklid das leicht aber ein Punkt ist das was keine Teile hat da kann man nicht sagen der Punkt ist halt wenn ich auf einem Blatt Papier so einen kleinen Kringel kriege und dann mit einem Lineal zwischen Linie ist wenn ich meine Lineal eine gerade Linie mache und dann schimpfen wenn die nicht ganz gerade ist diese Art von Regulierung helfen nichts sondern die machen einfach dumm und die nehmen vor allen Dingen an dass das was Euklid gesagt hat bei 19 der Grundstück Lärm der kam warum sollte das sein sondern man muss einfach sagen wenn die sagen ein Punkt ist oder was sie immer gesagt haben weil das griechische ist schon in der Ist Zeit wenn die übersetzen 2500 Jahre zurück ist ja noch komplizierter was immer die gesagt haben wenn die so was gesagt haben da muss man sagen und das werden wir nie verstehen weil die waren genauso schlau wie hier und sie werden und das muss man auch immer sagen eine Kultur erklärt immer die ganze Welt auch sonst ich überlege mir immer wenn man so neander da ist ich glaube nicht dass die da so die waren einfach herderlei die saßen da irgendwie vor einer höhle gucken da hatten gejagt dann waren sie irgendwie satt und dann sitzen sie da haben Feuer niemand sonst Feuer nicht verschleffst so gucken was passiert da sind satt trinken singen erzählen und dann gucken die da und dann sehen die den Himmel und die Sterne was was machen die die Welt erklären haben und hören wir sind Chef der Lage natürlich erkennen die Welt so wie wir und ist natürlich genauso kompliziert wie unsere was sonst wir hätten die Lange war sonst was ich vor allem was ich zum Beispiel jetzt gerade lese das sind indische Verse aus dieser Zeit das ist eine Kultur die heute immer noch also von in Klöstern ausschließlich mündlich überliefert werden das sind Rezitationen die unglaublich reich sind über die Welt wie die Welt geschöpft ist wie mit den verschiedenen Göttern und so weiter wie man dann in Ritualen das nach irgendwie dauert das ein Jahr lang zu rezitieren das ist der ganze Kalender und die lernen das ganze Leben lang dieses Zeug auswendig das sind Reime sodass man keine Fehler machen kann und irgendwie haben die das aus heutiger wissenschaftlicher Sicht glaubhaft hingekriegt dass dieses ursprüngliche Rituale von fast 3000 Jahren her tatsächlich ohne besondere Änderungen überlebt haben ganz anders als die Verschriftlichung die wir haben wir wissen ja nicht was das alte Testament in der Bibel und so weiter in welcher Art oder wie der Koran und so weiter wirklich ist das ist ja immer wieder umgedichtet neu geschrieben und so weiter und das ist etwas was von einer unglaublichen Komplexität von einem enormen Umfang einfach durch mündliche Überlieferung in der extremen Rigidität ritualisiert wirklich überliefert ist und dann wurde dann wurde es einfach 1500 Jahre erst einmal angefangen teilweise zu übertragen und aufzuschreiben was die Brahmanen immer dann nicht wirklich gutierten es gibt immer noch welche die das auswendig können einfach komplett das zu lesen wie das ist finde ich unglaublich spannend im Detail es ist es so dass wenn man das im Original liest oder wieder in der Übersetzung man wieder so gut wie nichts mitkriegt es gibt dann aber Übersetzungen in den Rosa die Anfang an diese verschiedenen Verse und so weiter auf eine Art wie Ovid zum Beispiel geschrieben hat das so zu übersetzen dass man das versteht und übersetzt hat das finde ich sehr spannend und ähnlich ist das hier mit Euklid eben auch deswegen müssen wir sehen dass wir diese Dinge nicht verstehen wir haben viele Welten viele davon sind nicht mehr zugreifbar die meisten mussten aufgeschrieben werden wurden dann übersetzt verlieren viel von ihrer Spannung und von ihrem Inhalt es gibt diese interessanten Phänomene wie die Veda so aber viele sind weg und wir können sie nicht verstehen das finde ich sehr wichtig weil wir sie immer nur von einer Seite angucken können in Konstellation immer nur so wie wir fragen können ja so und deswegen ist man noch etwas mit dem sie denke ich müssen sie immer fragen und mit dem man das spiegeln kann und mit dem sie gute Fragen stellen und gute Konstellationen bekommen mit dem was da rauskommt aus dieser Reichheit so ungefähr stelle ich mir das vor und Geometrie ist der Weg wie man in einem heliozentrischen System wo sich alles auseinander dreht stabilisiert hinkommt so dann haben wir den Unterschied zwischen Buchstaben und Zahlen so Buchstaben sind etwas und das sind eben diese irrationalen Kreise das ist immer die ganze Welt das heißt alle Bedeutung die man haben kann ist da potenziell drin also der ganze Planet aber man kann ihn nicht anfassen diesen Kreis den gibt es nicht das heißt er macht keinen Sinn so das sind die Charaktere ich mache eine A und in dem kann ich alles schreiben was ich schreiben kann aber ich kann es nicht anfassen das heißt das ist ein Buchstaben so das Gegendstück dazu ist die Zahl ja die hat einfach keine die hat keine Bedeutung aber man kann Zahlen ist eine 2 oder 3 und so weiter aber man kann das auf alles anwenden um Sinn alles anwenden was man sich vorstellen kann um Sinn zu erzeugen genau anders so ist es nichts um alles alles zu erzählen zu können um messen zu können und der Buchstabe ist alles ja um hier der Buchstabe ist alles und macht nichts und das Zeichen das heißt die Zahl ist nichts und misst alles so diese Bewegung also die Charakterisierung jedes jeder Bedeutung ohne Sinn es ist jetzt nur eine Kombination von also die Charakterisierung von jeder Bedeutung ohne Sinn das ist ein Atom und das ist ein alter Begriff und um diese Atome geht es in der Bioclid so es ist wichtig dass das wird dann erklärt dass das ein axiomatisches System ist so wird das immer beschrieben weil man da die wenigen Definitionen und Postulate hat an denen man alles sauber abreifen kann das ist wichtig dass es keine Aktionen sind sondern Atome und Atome sind axiomatisch so weil Axiome genau auf der anderen Seite sind so die die Zählbarkeit von keiner Bedeutung ja und allen Sinn sind Axiome kann man sich nicht kann man das nicht vorstellen aber in dieser Logik und in diesen Symmetrien muss man das aufbauen oder kann man das aufbauen um voranzukommen und damit sind jetzt die Zahlen und die Zeichen die Symbole die Charakter und so weiter in diesen wichtigsten philosophischen Unterteilungen die wir kennen Atome und Axiome atomisch und axiomatisch elementar und axiomatisch verankert die Elemente sind axiomatisch und sind Atome diese Bewegung wenn wir auf dem Infiniten stehen das ist Geometrie wir gehen auf die Logik das ist dieses Element um von diesem Element hierher zu kommen das ist Arithmetik um von diesem Element nach hierher zu kommen ist Algebra und jetzt können sie diese Art von Begriffssystem so schreibe ich das an dem orientiere ich mich wir haben diesen Zirkel Arithmetik Algebra Geometrie Logik und dann ist das hier Luft Feuer Erde Wasser bei Platon die Reden und im Vedat gibt es immer das Feuer und das Wasser und die entsprechen einem Götter ja ok wenn wir das haben gehen wir zu Eugl Definition 1 ein Punkt ist dass von dem es keine Teile gibt oder wie immer man das sagt so ich stelle mir das jetzt so vor C ist dafür dass das ein Charakter ist so ich stelle mir das jetzt so vor wir sind als Alien in einer neuen Welt wir kennen nur das heliozentrische das das geozentrische Planer und jetzt fängt an alles sich zu krümmen irrational werden und dreht sich umeinander und wir können nichts mehr sehen ich hatte eben diese diese Geschichte erzählt dass Kreise dass das eine Chimäre ist dass man einen Kreis sehen kann und dass sich Kreise und Linien in der Fläche nur in Ausnahmefällen schneiden weil der Kreis irrational ist den hört man und die Linie ist rational real und die sieht man und da man nicht hören kann was man sehen kann was man sehen kann und wechselseitig kann man Kreise nicht sehen und Linien kann man nicht hören und das auf dem Blatt Papier zu machen und da Schnittpunkte zu machen ist ein komplizierter Trick der die Sachen blöd macht das heißt das hat angefangen als wir in der Zeit uns organisieren dann diese Zeichnungen machen über die alte Welt des Raumes also in der Zeit können sich Linien und Kreise also räumliche Linien und Kreise schneiden aber im Raum nicht so wie im Leben sich zeitliche Dinge schneiden können die sich in der Zeit nicht schneiden können so das ist zum Beispiel das was man mit maschineller Intelligenz machen oder das was man die Problematik sagen kann ist dass Dinge die man per Definitionen kann man zum Beispiel Polynome bis zu einem gewissen Grad also ich glaube es 5 oder 6 Grad da kann man die lösen analytisch und mit Definitionen im idealen Starten sprich in der fünften Selbstreflexion von Dingen wenn man die dann gleichsetzt zwei Elemente zwei Individuen die man gleichsetzt die dann mit bestimmten Maßen Selbstreflexion da kann man zu einer gemeinsamen Lösung kommen wenn die anfangen sich in die 6. oder 7. Dimension zu reflektieren gibt es keine Lösung definitiv nicht sprich es gibt keine ausgebreitete Art wie man von A nach B kommt wie man zu diesen Dingen kommt wenn die so höherdimensional sind wenn man anfängt mit komplexen Zahlen das zu machen das heißt dass die Linien einen Twist haben drehen können es sind ja immer zwei Komponenten die haben den Realanteil das ist das was man sieht und die haben den imaginären Anteil das man dreht wenn sie also anfangen zwei hochdimensionale Elemente miteinander gleichzusetzen und deren Verknüpfung deren Linie dazwischen drehen können dann kriegen sie Lösung das sind alles Dinge die dann um 1900 die man verstanden hat schneiden wir wieder aber wieder man weiß jetzt wie weil man aus der Zeit raus ist und jetzt gedreht Zeit hat dann kann man Dinge gleichsetzen die vorher nie gleich waren also eine Geometrie wieder machen mit denen so also wir stellen uns jetzt vor wir sind in einer Welt wo alles gedreht wird auf einmal und wir alles drehen können und wir alles drehen können dann ist ein Punkt ein Symbol mit dem ich alle Bedeutung meiner alten Welt nicht habe ich kenne das alles aber es ist nicht da sondern ich denke wie kann das sein was könnte das sein so ein Punkt und wenn ich das körperlich angucke würde ich sagen das ist der Mittelpunkt von unserem Auge drin ist alles nicht und den gibt es auch nicht wer kennt alles es ist aber alles nicht aber das ist ein Punkt so das ist eine Projektion von jegweder Bedeutung in die andere Welt so diesen Mittelpunkt von meinem Auge nehme ich jetzt aus dem Auge raus und setze ihn dahin so das ist ein Punkt so wenn ich irgendwo auf einem anderen Planet dann muss ich mir das so vorstellen so dann ist jetzt die Linie ist eine Länge ohne Breite so Sie sehen eine Länge ist Sie beschreiben das als Zahl deswegen sind wir hier beschreibe ich hier Number Zahl das war ein Character und eine Linie ist eine Zahl das ist von der anderen Seite das würde ich jetzt sagen ist ist eine Bezeichnung wenn Sie jetzt den Mittelpunkt von dem Auge haben dann gehen Sie gucken Sie eine bestimmte Länge das heißt das ist jetzt so was wie der Radius Ihres 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 Augapfels das ist ein Kreis um den Punkt um den Punkt also das heißt wenn ich jetzt hier bin und jetzt eine ohne Länge ohne Länge ohne Breite eine Länge von einem Punkt dann ist das der Kreis drumherum das heißt zum Beispiel drei drei Schritte einfach weiter und das ist der Kreis drumherum und eine Zahl so was ich also jetzt tue ist ich nehme diesen Punkt und so ich projektiere jetzt die andere Welt hier the line is reflection of das ist die Reflexion meiner Welt projection in the other world to read the meaning of your world so das ist also jetzt einfach ja lassen das so ist ist die Reflexion von jedem Sinn in in meiner Welt so das heißt das ist so was wie ein Scanner so ich habe ich habe diesen Punkt das Zentrum vom Auge ich bin jetzt in der Welt und ich gucke ich messe die Distanzen und dadurch kriege ich von der neuen Welt eine Reflexion von dem was ich kenne ich projiziere meine Welt in das und sehe was sie reflektiert so von der Art ist das ungefähr das ist eine Zahl was mir wichtig ist ist das wir brauchen diese Form von Symmetrie das ist ein Charakter Charakter mit dem Punkt und das ist die Zahl ich habe das jetzt in diesem Sinne hier durchrekliniert was ich denke was eine Linie und was ein Punkt sein kann und ich brauche diese Form von Symmetrie dass ich den Charakter und die Zahl anfange miteinander zu reden etwas kreisförmiges als Zahl und etwas lineares als Charakter und wechselt also ich komme ein bisschen durch ein bisschen ich kriege es nicht so ich nenne das jetzt hier die Projektion von jeder Bedeutung in die andere Welt PM Projektion oder Projection of Meaning in die andere Welt und das ist die Reflexion von jedem Sinn in meine Welt ich projiziere meine Bedeutung in die andere Welt und hier ist ich reflektiere jeden Sinn in meine Welt so wenn wir jetzt die Extremities haben das heißt ich projektiere und dann scanne ich das zurück Punkt Linie also Linie reflektiere das ich bin da in der Welt projiziere das was immer es ist mit meinem Punkt ich gucke eine bestimmte messe in eine bestimmte Richtung auf einer Länge und scanne das zurück in meine Welt und gucke was da immer es ist so die Extremities of the Lines are Points so jetzt sehen Sie das ist jetzt das erste Mal wir haben hier den Point wir haben die Line und die Extremities of a Line up Points so jetzt war klar der erste Punkt ist hier die Line ist diese Zahl diese Projektion und jetzt mache ich das andere Ende von der Line wieder einen Punkt sprich ich bin jetzt hier so jetzt nehme ich eine projizierte Ende von dem gleichen an den anderen Punkt das sind die Extremities das heißt es wird jetzt der der andere Punkt ist ein virtuelles ein projiziertes Selbst so Sie haben zwei Sorten von Punkten einen Punkt mit dem Sie starten dann gibt es die Projektion die Linie und dann gibt es ein projiziertes Selbst so und das Trackline ist jetzt dass Sie anfangen das Zusammenspiel jetzt anfangen Sie haben den Punkt Sie projizieren also den Punkt projizieren reflektieren jetzt projizieren Sie das Ende und die Straightline ist die Reflexion von dem Ende das ist die gleiche Figur in Wärts so Sie haben den Punkt die Linie Projektion Reflexion und jetzt projizieren Sie sich selbst ans Ende und reflektieren die Projektion von sich selbst und so weiter und das ist die Streu und jetzt überlegen Sie immer dass es darum geht wie kriege ich das hin dass ich meine alte Welt vergesse und das System ist jetzt nur dafür da dass Sie über diese wechselseitigen Projektionen und Reflexionen eine Stabilität bekommen die abstrahiert von dem was Sie kennen und in sich stabil ist das heißt dass man das dann am Ende dieses selbstrechanzielle Konstrukt nehmen kann und woanders hinnehmen kann und sich in der neuen Welt bewegen kann so geht es und ich merke dass da ist glaube ich immer über alle Zeit jeder hilflos gewesen so wichtig dass ich das jetzt auch vormache ich möchte Ihnen nur eine Idee von was das Wesentliche dieser Figur ist Sie brauchen diese Symmetrien diese Form von Selbstreflexion Sie müssen immer alles und nichts haben und wenn Sie das in solche vorstimmigen Symmetrien bringen ist das ein Körper ein intellektueller Körper der sich bewegen kann in der neuen Welt das war es und das noch mal in der Meditation mindestens bis man das irgendwie raus hat ich will Ihnen sagen wie so etwas geht an welcher Stelle Sie aufpassen müssen also was das Riesbüse hat was dieser Denksturm ist dann bleibt das reich und vielfältig und so weiter so jetzt habe ich das einfach zusammengefasst damit Sie diesen Rhythmus wie so ein Tanzschritt so 1, 2, 3 so tanzen Sie dann durch die neue Welt so ungefähr jetzt haben Sie die Self hier das ist der Punkt das ist das Selbst der alten Welt in der neuen Welt D2 die Reflexion von mir in die alte Welt D3 die Differenz von der neuen und der alten Welt und D4 mich äh ich ich lerne diese Reflexion und damit bin ich draußen so wenn Sie jetzt auf Thales gehen und das D3 dann ist D1 der Gnomon Sie wissen Sie kennen diese Geschichte mit dem das habe ich jetzt mehrfach erzählt den Gnomon die Pyramide das D3 der Schatten die Sonnenuhr und so weiter dann ist der Punkt der Gnomon das bin ich alles vergessen deswegen der Stock im Sand alles nicht Gnomon ist auch der der alles kennt das heißt Gnomon der alles weiß aber nichts ist das ist der Stock das ist der Punkt D1 das ist die Vertical Vertical Leg von dem D3 so und das nennen wir Orthographie in der Architektur bei Metro von Bayabatti so dann haben wir das Second Horizont Projekt D2 ist die Linie das ist der Schattenwurf von der Sonnenuhr der sich unter der Sonne bewegt im Kreis so das ist die Reflexion von mir in der alten Welt das nennen wir Ich Nummer 4 die Hypotenuse ist dass ich auf den Shadow gucke das ist die Hypotenuse des Dreieckes so das ist die Irrischung und Rechnografie das ist D3 und die C Nummer 4 ist dass ich mir das Dreieck angucke und diesen Zusammenhang lerne deswegen ist ein Dreieck nicht ausgelegt das ist zum Beispiel blöde mit diesen Farbdingern ein Dreieck ist nicht ausgelegt ein Dreieck ist aufrecht so der rechte Winkel ist immer der Punkt auf den es auf die Welt geht auf die glatte Welt die Geos entdeckte dann wirft es das ist der Punkt für mich das ist mein Kopf das ist mein Fuß ich finde schon die zwei Punkte nur unterschiedlich dann wirft es den Schatten das ist der Zweieck das ist die Ankapete die Gegenkapete das ist der Schatten der ist von einer komplett anderen Substanz wie die Vertikale die eine das Dich und die Diagonale ist die die ist reiner intellekt mit dem hängt man nicht zu drehen mit dem verlässt mit der Diagonale verlässt man den deswegen ist es so blöd einfach 1,2,3 und das zu verbinden und sagen das sind 3 und wenn das ein rechter Dinkel ist das A-Grad plus B-Grad und sehe ich schon A-Grad plus B-Grad gleich C-Grad ist schon so eine Drehung dass man einfach das normal und dann sagt ja klar das ist dann 3-Grad-Grad bis 4-Grad super fertig das ist so blöd das packt die Sache nicht das ist alles endlos verletztet und man darf nicht erwarten dass man das verstehen man kann es einfach nicht verstehen man kann andere Welten und auch die Welt nicht verstehen in dem Sinne das ist alles eine Form von Akrobatik und diese Dreiecke sind unglaublich ich finde sie absolut faszinierend wie das geht so und jetzt mit 5 wir sind ja erst bei 4 mit 5 geht das jetzt genau das gleiche weiter über die Surface die Extremities dann Plane Surface und Plane Angle und da geht das Ganze jetzt in der Fläche und da wird die gleiche Geschichte noch mal wieder über die Fläche das heißt über den Selbstschutzzug erklärt so geht es einfach weiter mit ein paar hundert solcher Definitionen so das habe ich jetzt hier in diesem Schema Charakter Number Charakter Projective Projective Number Charakter hier so in dem gleichen Schema die Dinge so gehen wir jetzt mal kurz durch und programmieren das so hier haben wir einen Punkt wir nennen die A das ist die das ist das was keine Teile hat so wir sitzen hier an einem bestimmten Ort und geben ihm einen bestimmten Namen und das ist da um die Grafik zu organisieren und wenn wir das ausführen dann sieht das so aus dann ist das der Punkt oder der Augeapfel oder der von der eine Punkt der erste Punkt vom Dreieck in der neuen Welt das was keine Teile hat was man nicht anfassen kann was nicht gibt was nicht auf dieser Welt ist jetzt habe ich hier einfach das ohne Buchstaben gemacht dann geht das so wir an den Punkt den nennen wir und wir sagen das ist entsprechend vom Postulat 1 der Punkt und den stellen wir halt grafisch dar das ist jetzt einfach unsere unsere Maschine mit dem wir diese Postulate Definitionen darstellen können so die Linie so das war wie war das hier a line is a length without breath das ist einmal das geometrische Modul und das arithmetische Modul so ich würde jetzt sagen wir können das so machen wir haben zwei Punkte und die Line zwischen diesen beiden Punkten ist eine solche die in der Regel ist eine Linie so Extremities was hatten wir hier und die Extremities of the Line are Points Extremities Points so jetzt mache ich also hier Extremities von B1 B2 ich stelle das einfach nur grafisch dar und diese sind Points so anders als jetzt wenn wir nur den Punkt haben haben wir jetzt zwei Punkte das bin ich und das ist ein projiziertes ich reflektiert durch den wechselseitig mehr steht dann auch nicht eine Straight Line ist zwischen diesen ist eine Straight Line ist ist one with with lies evenly with points of on itself which means ich würde sagen das ist jetzt hier diese Form von Linie in einer Richtung würde man vermutlich sagen es ist einfach eine Richtung von einem Punkt in eine andere das ist dann die der Schatten so definieren tun sie das hier durch diese Half Line ich habe das Definition 04 so gemacht über diese beiden Punkte und für Neat Straight Line ist dann dass man diese beiden Punkte hat und was sie was sie jetzt in der Definition tun ist dass sie diese Richtung zwischen zwei Punkten und dann die Länge mit einem dritten Punkt haben das wird unterschieden immer zwischen der Richtung also sie haben einen Ursprung eine Richtung und eine Länge so ist das formuliert sprich ich habe drei Punkte 0 0 1 1 4 0 und das ist die Linie nach hier jetzt haben wir hier eine interaktive Version so und jetzt kann ich hier so das ist eine Korrelation zwischen drei verschiedenen Punkten und ich denke darum geht es es geht nicht um eine Linie es geht auch nicht um eine Grafik es geht um diese Planetensysteme das ist eine Strecke nicht nur Richtung sondern Richtung und Länge und die definieren sie immer durch andere Punkte und kombinieren die um diese Planetenliste geht es so das ist die D5 deswegen jetzt einfach einen Punkt zu zeigen um eine Linie zu machen und so weiter das hilft nicht ich glaube nicht dass es darum geht das hilft wenn man in die Zeit geht und dann den Raum abbildet da wir aber die Zeit verlassen haben müssen wir die Dinge jetzt lebendig machen das heißt eine Strecke ist diese Form von Lebendigkeit jetzt gibt es die Postulate das sind die ersten das ist eine Anweisung wie man eine gerade Linie von einem Punkt zu jedem anderen Punkt macht das ist hier das ist trivial das ist wie man eine finite Linie macht von einem zum anderen Punkt das waren die Definitionen hier hier haben wir jetzt die Postulate wie man das konstruiert 1,2,3 also ein Punkt die Richtung und die Länge und ein Zirkel ist das dann gibt es die common nodes wann sind zwei Dinge gleich wir haben einfach ein Solver wenn auf xy von t1 xy von t2 das wenn die Elemente gleich sind dann gibt mir xy zurück so und wenn wir jetzt anfangen ein gleich schenkliches Dreieck zu konstruieren dann werden diese Definitionen Postulate und so weiter benutzt als Elemente um eine Konstruktion zu machen das sehen wir hier mit den so das sind diese Definitionen davon haben wir die ersten habe ich ihnen programmiert Postulate common nodes und das ist jetzt die erste Figur und das ist die Anleitung hier die benutzen diese Postulate und Definitionen um eine Anleitung zu machen wie man drei Punkte in ein irgendwie distanzes Verhältnis bringt die Konstruktionsanleitung ist hier wir können das jetzt einfach durch machen mit den Unterprogrammen die ich oben definiert habe so wir haben den Punkt A wir haben den Punkt B wir machen eine Linie das hatten wir oben von A nach B mit der Länge B A nach B und zeichnen das das ist immer nicht wichtig das ist der erste Schritt let A be the given finite straight line das ist die straight line so so the circle B C D with center A radius A B und so weiter und let the circle A C B with center B have been drawn so which means B C D A C E circle A B B B B A und wir sind da let's have straight line C A and C B have been joined from point C where a circle cut another point A and B respectively so dann sage ich C1 C2 is equality from B C D A C E das hatte ich hier mit diesem komischen Ding hier gemacht machen wir den hier das Equality dann ist das hier um die Richtung festzulegen das das ist ein Trick da habe ich keine weil es gibt eigentlich da zwei Lösungen das ist ja immer hier und hier und jetzt will ich nur den oberen haben und das ist ein blöder Trick außerhalb so A C Linie B C Linie wir hatten schon die Linie von oben zwei neue Linien zwei neue Punkte hier wählen wir einen Punkt C aus von den beiden und dann machen wir Linie von A nach C mit der Länge C B nach C mit der Länge C und zeichnen A B A C B C und die Punkte A B C das haben sind wir da und jetzt habe ich das in dem Code hier direkt Sie sehen das ist nur diese Zeile und das sind diese Zeilen direkt implementiert von dieser Anleitung 1 zu 1 und übersetzt hier in eine grafische Darstellung da sind wir so das heißt Postulat 0 1 Triangle ist diese Funktion und jetzt kann ich sagen A minus 2 2 A B ist die Linie von A B B und C ist das Triangle von B und auch da kann ich das zeichnen und kriege diesen Punkt darum geht es um den der Äquidistanz ist zu den der gleiche Entfernung zu beiden Punkten hat wie die Punkte zu sich selber das habe ich jetzt in dem also direkt nachgebildet was immer das heißt jetzt gibt es natürlich dann wieder eine interaktive Version und dann sehen Sie worum es geht geht wieder darum Stabilitäten in diesem Planeten System zu kriegen jetzt können Sie anfangen das ist das was man jetzt mit Regelsystemen gemacht und so weiter dass Sie anfangen können das sich auf sich selber anzuwenden hier dann machen wir ein C und dann macht man ein D ein E ein F zeichnet das und Sie können auf die Art und Weise den Raum stabil erobern was die Spanier gemacht haben genau so mit ihren Schiffen rumgefahren und konnten einfach die Orte in Amerika wiederfinden so das letzte das ist das ist Postulat 2 und dann sehen Sie man kann das genau so weiter machen und dann haben wir es ich zeige Ihnen das noch das ist hier wie man es geht hier es geht hier es geht jetzt um eine Verschiebung einer Linie beim ersten ging es um dass ich einen im fremden Raum in einem irrationalen Raum den man nicht sehen kann einen stabilen dritten aus zwei Punkten einen stabilen dritten Punkt machen kann auf den ich mich verlassen kann in der Bewegung was immer ist egal wie ich argumentiere aus welcher Sichtweise ich das mache ich habe den stabil jetzt geht es darum dass ich eine nicht aus zwei Punkten einen dritten Punkt mache sondern ich habe jetzt eine Linie also zwei Punkte als Linie und ich habe einen nächsten Punkt jetzt möchte ich gerne die dahin schicken das heißt den einen Punkt auf den anderen machen und dann den entsprechend mitnehmen das ist zweiter Postulat das ist komplizierter viel komplizierter so hier steht das wie es geht so hier ist die Grafik und jetzt zeige ich Ihnen was man machen so das ist unsere Ausgangslage ich möchte gerne diesen Punkt nach hier bewegen und diesen Punkt entsprechend irgendwo anders hinlegen von dem nach der ist klar diese Bewegung und dieser soll irgendwie anders sein in einer Welt die man nicht kennt und die irrational ist und die man nicht sehen kann so jetzt hier for the straight line AB Rub up and so on ich habe das jetzt hier gemacht AB Triangle von AB AD AD und so weiter wir sehen ich habe nur diese Postulate und Anweisungen von oben einfach benutzt nehmen die Punkte und was er tut ist er setzt hier jetzt erstmal ein Dreieck hin gleichschenkliches Dreieck so machen die das interessanterweise so und letzte straight line AE BF AD BA so jetzt macht man straight lines hier wieder nur benutzt was oben definiert ist entsprechend den Propositionen und Anleitungen von Euclid so dann gibt es einen Zirkel und eine Linie so das heißt ich mache einen Zirkel und diesen Punkt und dann lasse ich das hier schneiden um dahin zu kommen Zirkel oben diesen Punkt und dann rotiere ich das auf dieses hier das habe ich nicht ausgeführt darf nicht nachlässig sein so dann machen wir das hier und wir machen das hier dann haben wir das Ding verschoben nach hier und interessanterweise die Richtung verloren also es geht wirklich darum die Länge also die Zahl zu behalten die Zahl offensichtlich das ist eine merkwürdige also man sieht dass das die Zahl nicht einfach eine Zahl ist sondern die hat immer was im Raum und der Raum hat immer was mit der Länge und das ist eine merkwürdige selbstbezügliche Mischung also es geht nicht also wie wir jetzt sagen würden ja dann war das doch einfach so verschieden das geht nicht in der heliozentrischen Welt und diese ersten Schritte gehen halt einfach jetzt so dass man einfach die Richtung verliert und dann geht es in weiteren Postulaten wie man das hinkriegt dass man die Richtung behält das geht dann anders und es wird komplizierter so aber das ist exakt das was dann in diesen Dingern hier steht so wie es geht und was ich Ihnen zeigen wollte ist worum es in Geometrie geht dass das scherzhaft ist dass das rein Intellekt ist was ja eigentlich Motivation ist dass das mit der Geometrie nicht ums Zeichnen geht sondern um Kulieren ist ein Programm und das wollte ich Ihnen ums Krieg keine Lösung für irgendwas super kompliziert und ich hoffe es war nicht zu viel danke ich nicht danke